willkommen zurück zu minecraft dungeons runde 2 und wir sind schon bei unserem letzten leben das heißt sie dir das juwel an ja das hat man schon mal hier sind wir schon mal gestorben also schätze ich mal wurde es heute verdammt kurze runde wir sind level 33 level 51 braucht man wollte hier jemand was ja ha ha so und ich überlege mich so und da kommt du stufst auch da sind pfeile das ist backst du fest jetzt kommen die großen solange immer nur einer kommt die hat rein daneben so nummer eins so aua 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 na was sagst du dazu freundchen hallo du musst jetzt in meine richtung gelaufen kommen ah endlich so noch einer hallo die welt ruf nein nein ein ha ho das will ich halbieren das nämlich halbieren wunderbar ich habe wieder punkte kriegt super schutz ist zu teuer die klebe kann ich nicht verbessern was habe ich hier ein trickbogen der nichts taugt und ein trickbogen der auch nichts taugt eisenhaut verstärkt die verteidigung für kurze zeit 600 artefakt schadensverstärkung zwei sekunden abklingt zeit nee warte ich probiere es mal so ich probiere es und jetzt kommen zwei auf mich das ist keine seelen mehr ich habe einen erwischt sagt mal leute könnt ihr jetzt bitte mal umfallen danke ich bin euch zutiefst gehe zur tempelmitte wo sie tempelmitte da am rand war gut hier sind ein paar gemüse ranken so 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 Mist! Das war jetzt natürlich nicht hilfreich. So, wo hättest du hier lang? Ach so, da geht es weiter. Also werde ich jetzt erstmal hier lang gehen. Und wieder eine Falle. Okay, dann würde ich mal sagen, es war schön mit euch. Danke fürs Zuschauen. Oh, ich habe es überlebt. Und wieder ein Bogen. Ein Trickbogen. So, du hast aufgehoben, Trickbogen. Was kann der? Nichts. 28 Fernkampfschaden. Juhu. Hammer, 113 Fernkampfschaden. Was mache ich? 114. Großer Spritzer. Ja, der ist aber wieder langsam, wa? Was kann der denn? Besiegte Kreaturen explodieren. Und macht Verbrennung. Mit 51 Schaden. Warte mal. Die Axt benutze ich noch nicht. 300 Gesundheit. Durch Rollen hinterlässt du, die für 4 Sekunden Schaden verursacht. Könnte ich anstelle von Elektrik benutzen. 360 Gesundheit. Okay. Thema erledigt. Ja, wobei, die Axt 820. Da kann das Ding nicht mithalten. Letzt wird der Verbrennung. Okay. Keine neue Waffe für mich. Bloß, ich sag mal so, ich muss hier so lange durchrennen, bis ich vernünftige. Bitteschön. Ja, super. So. Daneben. Du hast doch was am Auge. Du triffst doch eh nicht, mein Freund. So. Gut. Noch irgendwelche Geheimnisse abzugreifen hier? Nö. Na dann. Das sind schon wieder diese dummen. Wow. Alte Diebesrüstung. Na komm. Ach so, der ist ja schon toll. Das sind schon wieder. Ja. 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 wirst du wohl noch eine falle ich warte jetzt was kann die 261 gesundheit 360 gesundheit so aufgeladen ja wir wissen es nein 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 keine creeper keine creeper auch ein großer ich lebe noch ich liebe noch was habe ich bekommen nichts gut gehe zur tempelmitte ich höre wir werden schon erwartet gut hey So, noch einer? Da. Lass mich mal bitte abhauen hier, ja? Danke. Danke. Na komm, sterb endlich. Ich hab schon wieder... Ich hab nix. So, ich lebe wieder. Ich lebe immer noch. Naja, gut. Nicht schön, aber selten. Und du bist schuld. So. So. Alles klar? Alles klar. Hier auch noch? Nö. Ich lebe. Okay. So, ich lasse mich heilen. Und ich würde so ein Leben noch. Ach, schon wieder diese Affe. Komm her, du Gemüseaffe. Warum kann... Beweg dich! Oh! Jetzt kommt ein Gemüse-Gorilla. Daneben. Daneben. Könntet ihr mich mal bitte? Danke. Bye-bye! Holla, die Waldfee! So, ich würde gerne eine extra Runde Minecraft Hardcore spielen, wenn ich das hier loswerde. Ich glaube, mit Level 50 wäre das hier nur halb so schwer. Ja? Ich will Level 34. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja, Quatsch nicht. So, du hast aufgesammelt eine nutzlose Rüstung. Ey, hat das erlaubt? So, du hast aufgesammelt noch eine nutzlose Rüstung. 233. Wir machen 360. Du machst 234. Wertlos, wertlos. Danke. Oh, oh, oh! 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 Oh, ich lebe noch. Oh, da ist noch einer. Guten Morgen. Und tschüss. So, ich würde sagen, das wäre ein guter Platz jetzt hier, um Schluss zu machen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Die Runde geht noch. Macht's gut. Und see you later.